Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, ich habe gerade eben die Meldung bekommen, dass unsere Energie gering sein soll. Dann setzen wir uns mal kurz hier rein, genießen die Aussicht. Es hat schon was, ne? Ja, es wird langsam, ne? Mit der Garage da hinten. Ja, wobei ich würde gerne ein so großes Gebäude bauen, dass wir es vom Weltall aus sehen. Ja, gut, man bräuchte eine riesengroße Plattform bauen, ne? Mit, keine Ahnung, Schriftzug drauf oder irgendwie sowas. Ja, mal gucken. Irgendwie so. Mal überlegen. Die Energie ist aufgeladen. Können wir jetzt auch los? Hm, hm, hm. Wie ist denn das jetzt mittlerweile? In 80 Tagen verbraucht. Ja, weil wir ganz knapp drunter sind. Okay. Das ist ja jetzt nur wegen dem Gravel Shifter. Den kann ich auch sonst erstmal wieder rausnehmen. Ja, gut, er fördert schon ordentlich, ne? Okay, jetzt ist das Gestein schon wieder alles weg. Hm, ne, da ist noch reichlich. Ja, sehr gut. Ähm, okay. Okay, da brauche ich mir keine Gedanken machen. Dann muss er das erstmal wegbohren. Hier hinten haben wir ja auch sonst noch den, den wir nochmal ausklappen können. Aber ich wollte ja jetzt, ähm, erstmal die Demontagefarbe festlegen. Genau. Das hatten wir beim letzten Mal zum Ende hin versucht und hatten das dann irgendwie total vergessen. Ja. 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 aja. Ja. Assalamuala Musik Ja, aktuelle Farbe setzen. Eine Farbe, die ich niemals dehnen würde. Genau, also da wissen wir, diese Farbe nehmen wir niemals. Was ist das so? Okay. Okay, super. Okay. Dann fangen wir mal an, mal gucken. Okay. 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 Mal gucken, was dann passiert. Das ist natürlich für ein Bilden-Repair-System ein bisschen viel, muss man auch sagen. Schon wieder ein unbekanntes Signal. Man hört aber nichts schleifen, ne? Hm, naja, egal. So, wir machen mal weiter mit dem Lawn. Genau. Denn hier soll ja unten das entsprechend hin. Ja, also zwei zur Mitte. So, ja, hier. Das war jetzt falsch, aber... Das hier wäre dann der Boden. Genau. Ah, wir haben das gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt hier ausfahre, ja gut, wir können das ja noch entsprechend erweitern. Mit, ich sag mal, Plattformen, also mit Steinen, dass wir dann halt wirklich auf die richtige Höhe kommen und alles. Oh, das heißt, hier würde ich jetzt hier in den Pisten draufsetzen. Ja, wobei, ne, den Pisten selbst nicht. Ich würde das hier da hinsetzen. Genau, für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie, was man noch so vorhat. Ja, wobei, ne, den Pisten draufsetzen würde ich noch nicht. Okay, das war dann irgendein Block, den wir gerade gesprengt haben. Ach, wo ist der Ding? Trommateile. Okay. Super, aber dann passt das soweit. Ja, dann haben wir alles vorgesorgt oder vorbereitet, dass, wenn wir da irgendwas anschließen wollen, das soweit dann auch passt. So, und dann muss der große Pisten hier hin. Der große Kolben, Entschuldigung. Ja. Der kann natürlich nicht betonmäßig drauf sein, das geht nicht. Der würde ich das so machen. Genau. Das sieht schöner aus. Auf jeden Fall. Und der kriegt dann, aber, Entschuldigung. Silber. Ne, machen wir hier Sci-Fi. Sci-Fi sieht ganz gut aus. Puh, das hat auch was. Ja, probieren wir doch mal das hier. So, halt, warte. Ja, wie gesagt, wenn ich irgendwas anschließen will, dann brauche ich halt auch sowas da an Schwächen dran. Er bohrt hier natürlich gar nichts ab, ne? Das heißt, ja, gut, weil er halt genug zu zu tun hat, ne? Das ist ätzend. Demontieren, vorschweißen. Naja, da soll ich das jetzt mal fertig machen hier. So langsam wäre das ganz gut. Müssen wir das halt jetzt auseinanderbauen. Weil er anscheinend jetzt sich entschieden hat, erst mal das Schiff auseinanderzubauen. Da müssen wir natürlich dann gucken, dass wir den hier Platz schaffen. Ich würde gerne die Plattform machen. Das funktioniert nicht, wenn diese Dinger noch da sind. Ah, Mann, ey. Nein, nicht das. Ach, witzend. Ja, es wäre sonst knapp geworden, ne? Aber das sind wir schon dann auch. Um das dann zu machen, müsste man dann halt anfangen, Treppe nach unten zu bauen. Eigentlich ziemlich cool. Also ich tendiere auch dazu, dass wir die Gasflaschen abschaffen. Dass wir sie nicht nutzen, auch wenn das hierfür natürlich mega praktisch ist zum Bauen. Aber es hat was. Ich weiß nicht, ihr könnt euch auch nochmal Gedanken machen, was ihr davon haltet. Und ihr besagt ja, nur die externe Perspektive weg. Entschuldigung. Oder halt beides, wie auf dem Server, dass halt beides dann weg ist. Ich werfe beides zu haben. Uh, krasser Scheiß. Das war mal übel. Das war mal richtig übel. Heftig. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Kratsch. Kratsch. Hier unten haben wir alles mit. Genau, haben wir alles so gemacht. Hammerhart. Ja, passt erst mal. Krank. Echt krank. Na ja, was soll's. Okay. Ja, das. Was hatten wir auch? Ach ja, wir hatten hier so einen drauf. Davon, genau. Also das. Die Dinge. Ist natürlich jetzt auch so eine Idee, diese Teile dann über eine Feindbasis abzuwerfen. Das könnte man auch machen. Wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtiger sein beim Abschrauben. Das ist komplett leer. Das ist krass. Sehr schön. So, dann wird das jetzt auch noch erledigt. Im Moment muss ich sagen, bin ich wieder so richtig am Space Engine. Es fiebern, ne? Es wird sehr viel wieder gespielt. Weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht dann wirklich dieser Anreiz, dass wir die dann ohne diese ganzen komfortablen Sachen halt zu schaffen und zu bauen ist halt wirklich anders, ne? Man muss halt anders bauen, anders herangehen an die ganzen Sachen. Das macht Spaß. Macht echt Spaß. Okay, da kann ich alles hier ganz schweißen. Sehr schön. Das heißt auch, den können wir jetzt erstmal nach oben fahren. und gucken, was dann passiert. Hoffentlich nicht so viel. Die machen auch gleich noch mit fertig. Wenn da nicht irgendwas fehlen würde. Okay. Was weiß ich, sagen wir ein Meter. Ich denke, für den Fahrstuhl ist das schnell genug, oder? Genau. Ja, das ist schnell genug. Schneller ist vielleicht gar nicht so gut. mhm. Mhm. Okay. Also wir sehen, da ist noch so ein bisschen Platz nach oben. Oh, ein bisschen Luft nach oben vielmehr. Äh, okay. Ist auch gar nicht so verkehrt. Das heißt, hier wäre ja dann die normale Ebene. Mhm. Wann kommt hier? Der hin. Und dann kommt hier das hin. Äh, 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 ähm, ja. Ja, das müssen wir ja auch machen. Achso, und da ist es schon. Interessant. Ich bin gespannt, wann es explodiert. Mhm. Das könnte echt lustig werden. Yay. Interessanterweise, hier kann ich das nicht dran bauen, ne? Manche von hier aus, aber auch nicht. Okay. Stein, also ist aber nicht im Weg. Äh, gut, hier auch nicht. Ah, okay, das geht mittlerweile also. Das ist natürlich eine schöne Sache. Oh, dann weiß ich, wie wir das machen. Dann weiß ich, wie wir das machen. Genau, weg damit. Okay. Das nehmen wir auch weg. Genau. Dann machen wir nur einen festen Ring hier drumherum. Mhm. 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 Das können wir auch aus Gerüstteilen machen. Uh, ja, das ist gut. Viel besser. Achso, Träger. Boah, war es echt? Alles nur mit Trägern? Egal, was solls. Wenn es dadurch ein bisschen besser aussieht. Ich verstehe jetzt nicht, warum ich das nicht da machen kann. Ja, eigenartig. Ja, was solls. Was soll ich noch? dann auch weg, genau dann haben wir jetzt eigentlich nur diese Plattform ja ja, hier fehlen auch hier fehlt noch eine Reihe genau wegnehmen und damit das dann funktioniert ich überlege, wie wir das so machen es ist ja dann höher als das ja, Markelkamp ist das auch dass man das runterfahren kann wenn nicht, explodiert gleich wieder alles ich muss den mal umbenennen dass wir den von oben bedienen können oh Gott, nein, echt jetzt wir sind doch nur ganz leicht dagegen gekommen das muss ich da nicht verstehen das muss ich echt nicht verstehen heute hat er jetzt schon alle Sachen mitgenommen okay, geil wenn wir schon mal hier unten sind benennen wir das jetzt halt einmal anders wo sind jetzt meine Sachen wo hat er sie hingetan so, wo ist mein Bohrer ich hatte doch schon Stufe 1 Bohrer ah, hier ist er okay okay, wir haben anscheinend jetzt mittlerweile schon echt ganz gut einen Vorrat und Stallplatten nur so fleißig dabei okidoki dann, ähm, ja probieren wir es mal ich habe kein gutes Gefühl das ist unter Abschluss der Folge heute kein gutes Gefühl wenn ich jetzt na, das gibt es doch nicht so, ich habe nicht Aufzugs sondern Fahrstelle äh, genau oh, da funktioniert ok jetzt wieder nach oben ok, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet aber das ist gut das ist richtig gut und das bedeutet, dass ich hier also ich weiß nicht, ob ich noch weiter in die Breite gehe ähm müssen wir mal gucken ich glaube, es gab halbe Platten, ne? gab es nicht halbe Platten? ich glaube schon irgendwo hier genau kann ich auch nicht runterfallen sehr cool so eine Art hat, ich bin das vorgestellt ja, das ist doch groß genug so, von der Länge her und Breite da kriegen wir alles mögliche an Fahrzeugen oder zusammenklappbaren kleinen Raumschiffchen dann entsprechend rein die dann hier auch drunter durchpassen das heißt, müssen wir wirklich langsam so wie ganz, ganz am Anfang, wo ich das mal gemacht habe so ein klappbares Raumschiff bauen ja das gefällt mir echt gut dann kann ich jetzt wirklich endlich anfangen alles nach unten zu verlagern, ne? ach, schnieke okidoki dann würde ich sagen an dieser Stelle soll es das gewesen sein wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin euer Mr. Zocker ja 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 Vielen Dank.